ja hallo zusammen auf gedanken frei das erste längere video jetzt seit ja fast zwei jahren ihr habt euch sicher alle gewundert warum es so wenig videos gegeben hat der grund war ich habe keine handy halterung für das auto gehabt es hat viele gründe geben und ich habe immer gesagt wie ich angefangen habe damals mit diesen videos zu machen ich mache die videos weil es mir spaß macht ich muss dabei ein gutes gefühl haben ein video zu machen und ich habe jetzt diese zwei jahre auszeit ich habe das einfach ich habe das einfach gebraucht ich hoffe man das wackelt jetzt nicht zu sehr hier um einander weil ihr habt es vielleicht in meinem kurz video gesehen kurz videos habe ich als die woche schon angefangen wieder ein bisschen mehr zu bauen ob das vielleicht sehen ich habe hier ein auto das wo ein winterauto mehr oder weniger ist ist nur übergangslösung der ford fiesta mache video drüber eigentlich gott ein schlechtes auto ist halt back to the roots kommt aber auch wieder was anders her macht man aber auch in einem anderen video also fakt ist das ihr habt die letzten zwei jahr einfach die zeit für mich braucht privat vieles um die ohren gehabt habe vieles zum abschluss bringen müssen gott feuer wird den letzten brief kriegt das alles abgeschlossen ist und kurz praktisch mit frischer energie und neuem elan droge videos zu machen auch schon einiges in der pipeline und wahrscheinlich gar nicht mehr so viel im auto weil das wackelt ja doch sehr gut wenn ihr bestimmte wünsche hauptsächlich was man so reden könnte spritpreise gaspreise strompreise ja eigentlich alles bis auf der politik das ist das mache ich nicht so gern aber kommentiert doch einfach das video damit freien daumen hoch freut mich immer grundsätzlich und ja es gibt bald wieder mehr videos versprochen ganz sicher und wenn ihr nicht vor ist das bild einwandfrei in diesem sinne bis demnächst pferdeich